Eben auch, das ist eine Erweiterung hier in dem Bereich die Anzahl der Marken, das heißt die Anzahl der Marken, die in dieser Nische Produkte verkaufen und das ist natürlich auch super spannend, um zu gucken, wie viel Konkurrenz hatte ich, wie viel Konkurrenz habe ich, mein Produkt verkauft sich gerade vielleicht gar nicht mehr so geil, dann gucke ich hier rein, gibt es vielleicht neue Wettbewerber. Voll wenig, ich habe also nur 44 Produkte bei 25 Marken, also sagt Amazon jetzt natürlich, aber finde ich krass. Und du siehst auch die Conversion-Rate der Produktsuche und man überlegt ja immer, okay, was ist mein Anfangsbudget, wenn ich jetzt ein Produkt launche, womit kann ich eigentlich rechnen, was sind eigentlich Daten, mit denen ich arbeiten kann, wenn ich überhaupt gar keine Ahnung habe. Genau hier findest du Ausgangspunkte und einen Referenzrahmen für deine Kalkulation, also vielmehr für deinen Durchschnittspreis und dann auch für die Conversion-Rate, mit welcher solltest du anfangen und wenn du alles durchrechnest und sagst, okay, bei einem ACOS von 10%, den ich vielleicht ab Start schon haben muss, wenn das alles so ist, dann kannst du schon direkt deinen Klickpreis am Ende berechnen damit. Superspannend finde ich auch den nächsten Tab, Kundenbewertungen, Einblicke. Der ist auch geil. Witzig finde ich erstmal die Unterscheidung zwischen positiven Themen und negativen Themen, da gibt es zwei unterschiedliche Tabellen, die dir angezeigt werden, also positive Themen in Bezug auf Kundenbewertungen kann zum Beispiel sein, positiv kann zum Beispiel sein, die Qualität insgesamt oder der Fall- und Aufprallschutz ist besonders toll. Und auch da gibt es dann eine Prozentanzahl, wie häufig diese Erwähnung, dieses Thema stattgefunden hat und auch die komplette Rezension, also steht hier Bewertungsausschnitte, beziehen sich auf die Daten, die in den letzten sechs Monaten gesammelt wurden, basierend auf Kundenbewertungen mit Textbewertungen für Nischenprodukte. Das ist super cool. Ja, und was ich geil finde, du siehst das Ganze noch im Zeitverlauf. Also das heißt, du kannst dir das Thema Kameraqualität insgesamt im Zeitverlauf anschauen, wie wurde die, wurde das eher positiv hervorgehoben oder negativ und wenn du siehst, okay, ein Thema ist konstant negativ, es wird immer negativer, dann könntest du das als Inspiration nehmen und sagen, okay, gut, ich, das sind die Probleme, die die Kunden haben mit diesem Produkt und sie werden nicht gelöst, sind immer noch da. Ja, seit Wochen und Monaten komme ich mit einem Produkt, was genau das tackelt und die negativen Themen quasi zu lösen versuche. Yes, also auch ein Blick wert, dort reinzuschauen und dann gibt es noch ein weiterer Tab, der heißt Rücksendungen, da steht aber auch noch ein Beta-Label dran und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung wie die Rezension, also zumindest bekommt man auch die Info, warum Produkte zurückgesendet wurden, also auch hier Qualität insgesamt oder Griff oder Farbe. Ja, wahrscheinlich hat das... Auch geil. Ja, total, total. Und auch der Rückgabetrend, also ja, wie viele Warenrücksendungen in den vergangenen sechs Monaten zu einem bestimmten Thema, also zum Beispiel zum Thema Qualität stattgefunden haben. Ja, es ist so sinnvoll, dass Amazon diese Information teilt und sie nicht zurückhält und ich weiß nicht, was da vor zwei, drei Jahren passiert ist, als Amazon angefangen hat zu erkennen, dass es halt total wertvoll ist, diese Daten und dieses Wissen zu teilen, weil andere Leute darauf aufsetzen können, um was anderes Geiles zu bauen, also so wie ich eine API zur Verfügung stelle und sage, okay, hier sind die Daten, macht mal irgendwas Geiles, was wir gar nicht sehen, dass es geil sein könnte, so ist es ja hier auch. Es gibt Probleme, die Kunden mit dem Produkt haben und sie wissen, dass sie natürlich nicht selber diese Produkte entwickeln können, sondern sie sagen, hey, wir haben alle Informationen dazu, was die Kunden geil finden, was sie scheiße finden, warum sie es zurücksenden, hier ist alles. Nehmt diese Daten und macht was Geiles daraus, bitte löst das Kundenproblem gemeinsam mit uns, so klug. Amazon hatte wieder eine gute Idee. Ja, wieder mal eine gute Idee. Jetzt sind wir soweit durch mit einer vorgeschlagenen Nische und mit den nischen Details, die haben wir uns angeguckt und jetzt gibt es noch eine ziemlich coole Funktion, die der Product Opportunity Explorer anbietet und das ist nach einem Stichwort, also nach einem Suchbegriff oder nach einer Asin zu suchen, um eine Produktnische zu finden. Welche wollen wir denn da mal eingeben? Ich habe Socken eingegeben. Socken. Okay, Socken, wir suchen. Wusstest du, ich stehe ein bisschen mehr jetzt wieder, seitdem wir unsere eigenen Socken haben, wir haben seit Weihnachten, wie findest du die? Die sind super gemütlich. Ja, das sind richtig geil, das sind meine Lieblingssocken. Schade, dass ich nur ein paar davon habe. Ich habe zwei. Oh. Alter, ich habe zwei. Die sind super gut, ja. Ja, das war ein Weihnachtsgeschenk. Wo soll ich eigentlich, wir haben echt geilen Merch, ne? Das auch. Also unsere Pullover sind geil. Pulli, T-Shirts. Die T-Shirts sind auch geil und die Socken. Also eigentlich müssen wir mal anfangen, die zu verkaufen. Du, es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon vor fünf Jahren und so. Und wir werden auch ab und an mal danach gefragt. Ja, richtig. Kann ich auch ein Pulli von Adference haben? Ja, oder wo kauft ihr die Sachen, weil die scheinen ja irgendwie gut zu sein. Ja, fühlen sich auch einfach gut an. Ja. Du wolltest noch was zu Socken. Ja, genau. Du wolltest noch was anderes zu Socken sagen. Genau, zu Socken. Ich habe festgestellt, ich habe normalerweise, trage ich nicht so viele Tennissocken, die wir jetzt verschenkt haben von Adference. Das sind Tennissocken, aber richtig gute. Ja, und deswegen war ich auf der Suche nach Socken. Gut, dann suchen wir jetzt mal Socken. Wir geben Socken als Suchbegriff ein und starten die Suche. Erste Nische, beheizbare Socken. Wie geil ist das denn? Also erstmal muss man sagen, es gibt hier auch zwei verschiedene Tabs. Einmal die Nischenansicht und die Azenansicht. Und die Azenansicht ist hier auch wieder eine Erweiterung. Aber fangen wir mit der Nischenansicht an. Dass ich halt alle Socken-Nischen-Nischen-Nische habe. Das ist so absurd. Beheizbare Socken, lustige Socken, Sockenherren, 43 bis 46 ist eine Nische. Ein Packer-Socken. Ja, und was könnte ich jetzt machen? Jetzt könnte ich natürlich eine Nische mehr rausnehmen, die wahrscheinlich hohes Volumen hat, wenig Wettbewerb, schlechte oder vielleicht einen hohen Preis. Oder auch schlechte Produkte und Erfahrung an sich. Und so kann ich jetzt durchnavigieren. Also nehmen wir mal, was hat denn hier relativ wenig? Hier 19 nur. 19 Produkte. Okay, personalisierte Socken ist natürlich auch tough. Was gibt es? Biersocken, was ist das? Basketballsocken, 26. Ist auch schon ganz schön dicht, ne? Also, was sind denn? Ach so, Dino-Socken. Ich habe Dina-Socken verstanden. Star-Wars-Socken, da haben wir Probleme. Merino-Socken, Hornhaut-Socken. Was sind Hornhaut-Socken? Vor allem, warum ist das eine Nische? Ja, Babysocken ist auch übel. 100, also du siehst auch sofort, welche Nischen du meiden solltest. Babysocken, 101 Produkte. Das wird halt schwer. Aber wenn, ach wir können mal schauen, vielleicht ist die Qualität besonders schlecht. Ich gehe mal an diese. Ja gut, aber das führt jetzt zu weit. Und darüber hinaus, das wäre eigentlich ein Podcast dann über die, wie mache ich Produktrecherche für ein neues Produkt. Das machen wir heute nicht, sondern wir stellen den Product Opportunity Explorer vor. Den könnt ihr dann nehmen, dafür. Genau, vielleicht klären wir uns da mal jemanden ein, der das mit uns gemeinsam macht. Okay. Ja, genau. Dann sehe ich diese Nischen, auch die Anzahl der Produkte, das Suchvolumen in dem letzten Jahr, das Wachstum. Das ist natürlich auch super wichtig. Wird das mehr, wird das weniger? Ja, dieses Wachstum, ist das eine Nische, die immer relevanter wird? Wie viele Einheiten wurden da verkauft? Und was ist der durchschnittliche Umsatz pro verkaufte Einheit? Und wie hoch ist die Retourenquote? Und dann kann ich mir meine Filter zusammensetzen und sagen, okay, wann ist, was ist für mich eine potenzielle Nische? Welche Kriterien müssen erfüllt sein? Und dann gehe ich da rein und in die Detailanalyse und schaue mir die Wettbewerber an und stillfällt, na okay, jetzt. Das scheinen Probleme zu sein, das gehört eine lukrative Nische und dann gehe ich da rein. Yes. Ja, genau. Du kannst Filter auf alle möglichen Informationen, Metriken, Spalten setzen, wie zum Beispiel die Suchvolumen der letzten 90 Tage muss mindestens so hoch sein. Und diese Nischen möchte ich mir dann angucken. Vielleicht auch noch eine weitere Zusatzinfo. Man kann dann in jeder Übersicht auch die Daten herunterladen. Bekommt dann irgendwie eine CSV-Excel-Datei. Voll geil. Und genau, kann darin dann auch noch irgendwie weiterarbeiten. Das ist die Nischenansicht. Und wie gesagt, die ASIN-Ansicht ist jetzt eine Neuerung, eine Erweiterung hier in diesem Bereich. Da habe ich jetzt gerade einmal draufgeklickt. Das heißt, wir haben immer noch nach dem Stichwort Socken gesucht und sind jetzt in der ASIN-Ansicht und bekommen die übereinstimmenden Produkte für Socken in Deutschland angezeigt. Und ich sehe hier, ja, ich glaube bis zu 1000 Produkte werden hier angezeigt. Ich sehe die Produktbezeichnung, ich sehe ein Bild. Ich kenne die ASIN, die Marke, die dahinter steckt, die Kategorie, beziehungsweise sogar der Kategorie-Baum. Also nicht nur Herren oder Herrenbekleidung, sondern Herrenbekleidung, Activewear oder, oh Gott, hier ist auch nochmal irgendwie Socken. Also ich bin wieder bei den Hornhautsocken, Florian. Maniküre und Pediküre, Hände und Füße, Peelings. Auch hier wieder Einführungsdatum des Produkts. Durchschnittlicher Preis in den letzten 90 Tagen, das ist natürlich auch super interessant. Ich weiß nicht, wo man die Informationen sonst so herbekommt. Durchschnittliche Kundenrezensionen, Bestsellerrang. Bestsellerrang, durchschnittlicher Bestsellerrang der letzten 360 Tage. Und wenn ich danach einmal sortiere, dann wird mir das Top-Produkt angezeigt mit dem Bestsellerrang Nummer 1. Das sind die Puma Unisex-Sportsocken Cash Crew oder so. Also die kosten 20 Euro und 62 Cent in den letzten 90 Tagen. Das ist natürlich auch eine super spannende Übersicht, viele Informationen. Und auch hier wieder die Möglichkeit, die Ergebnisse zu filtern und eben auch die ganzen Daten, die Datei runterzuladen. Für tausend Asents so detaillierte Daten. Was hat man sich die Finger geleckt früher bei Brand Analytics, wenn man da mal für drei Asents irgendwie detaillierte Informationen bekommen hat? Und hier haut Amazon einfach alles raus. Das ist so. Und absolute Zahlen auch. Die Anzahl der Klicks für diese Suche, für ein bestimmtes Produkt. Das sind super wertvolle Daten, die uns Amazon hier zur Verfügung stellt. Aber das ist es wieder. Und deswegen heißt das Ding Explorer. Ihr könnt, es gibt natürlich ein paar Fragen, die ihr ganz konkret beantworten könnt. Aber er soll euch die Möglichkeit geben, etwas zu erkunden, wo ihr eine Nische seht. Eine Möglichkeit, ein Produkt zu verkaufen. Genauso wörtlich übersetzt ist es leider auch. Und das macht er. Und zeigt euch, okay, wo ist Raum für Innovation, für ein besseres Produkt, ein überarbeitetes Produkt. Und das ist nicht etwas, was ich in zehn Minuten mal so durchgeklickt habe, dass wenn ich mal ein paar, also für meine aktuelle Nische, für mein aktuelles Produkt, kann ich da schon mal zehn Minuten investieren und kriege wahrscheinlich ein paar Informationen über meine Wettbewerber und wie sich diese Nische an sich irgendwie entwickelt. Das kriege ich schon und das kriege ich auch in zehn Minuten raus. Aber würde ich wirklich intensiv mal eine Produktrecherche machen, dann ist das ein Monster-Tool, mit dem ich sehr lange, sehr detailliert arbeiten kann und wirklich reintauchen kann in einzelne, von wirklich Kategorien bis hin zu Nischen, bis hin zu Produkten, bis hin zur Rezension und mir dann überlegen, okay, wie müsste eigentlich ein geileres Produkt in dieser Nische aussehen? Und was sollte dieses Produkt tacklen, was aktuell ein Problem für viele Kunden ist? Du hast gerade gesagt, so viele Informationen und man kann da richtig tief einsteigen. Ich habe gerade den Fehler begangen und bin auf das Produkt Puma Unisex Sport, so ein Cash Crew, habe ich drauf geklickt. Und hier kriege ich noch mehr Informationen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich sehe, die durchschnittliche Vermittlungsgebühr liegt bei 2,72 Euro. Die durchschnittliche Vermittlungsgebühr für Einheiten, die in den letzten 360 Tagen von allen Verkaufspartnern verkauft wurden. Die durchschnittliche Vermittlungsgebühr, die nur als Referenz, die tatsächliche Gebühren kann variieren. Ebenso sehe ich hier die durchschnittliche Versandgebühr durch Amazon für dieses Produkt. Es ist einfach krass. Und ich sehe auch, in welchen Nischen dieses Produkt überall auftaucht. Es sind drei unterschiedliche Nischen, in denen das Produkt auftaucht, auftauchen kann. Heftig. Den Bestseller-Rang im Zeitverlauf für dieses Produkt, die Nischen, in denen das Produkt ist. Und Einblicke in die Kundenbewertung zu diesem Produkt. Was, wenn ich feststelle, ist, das Top-Produkt hat vielleicht ein paar Probleme, dann kann ich explizit diese tacklen. Auch obwohl es das Top-Produkt ist. Und das sehe ich hier und kann ich rausnehmen und muss ich nicht irgendwie scrapen. Amazon stellt es mir einfach zur Verfügung. Das ist geil. Krasses Instrument. Wahnsinn. Yes. Ich glaube, wir sind einmal durchgeklickt. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nee, wir haben es. Und ja, ihr solltet, wenn ihr neue Produkte einführen wollt, dann ist das auf jeden Fall euer Haupttool. Und ihr werdet wahrscheinlich schon viel mehr, jetzt die Hälfte der Zuhörer nicken, ja, kenn ich doch, kenn ich doch, kenn ich doch. Weil ihr das schon wahrscheinlich täglich nutzt. Und von daher ist das auch richtig so. Für die, die sagen, okay, ich habe bisher immer Helium-Tank genutzt und ausschließlich, unterschätzt bitte nicht, wie geil und tief dieser Product Opportunity Explorer ist. Und schaut euch den auf jeden Fall an. Zum einen, wenn ihr neue Produkte sourcen wollt und einführen wollt, aber auch einmal, um zu checken, was geht in eurer Nische einfach ab. Wie sind die Wettbewerber aufgestellt? Was haben die für Probleme? Und ihr müsst ja nicht eine neue Nische tacklen. Ihr könnt ja auch in eurer Nische einfach nochmal besser werden, ein besseres Produkt, ein Upgrade machen oder ein weiteres Produkt einführen und, und, und. So viele Möglichkeiten, die dieses Tool bietet und deswegen haben wir diese Podcast-Folge gemacht, um euch dafür aufmerksam zu machen, dass es den gibt und dass ihr da nochmal reinschaut. Denn wir hatten ihn tatsächlich letztes Jahr nicht auf dem Schirm, als das Update kam und es war völlig über, sehr überfällig, dass wir, dass wir den hier nochmal mit vorstellen. Wir haben auch eine sehr passende Hörerfrage dazu bekommen und zwar ist die Frage, wie oft sollte ich die Daten aus dem Product Opportunity Explorer checken? Wie oft meine Strategie dementsprechend anpassen? Und was ich darauf antworten würde, ist, wenn du noch nie da reinguckt hast, dann guck jetzt auf jeden Fall erstmals da rein und schau, was du dir da rausziehen kannst. Die Daten werden tatsächlich einmal pro Woche aktualisiert. Das heißt, wenn man wirklich intensiv mit dem Product Opportunity Explorer arbeitet und alles, was gerade neu an Daten da reinkommt, auch verwenden möchte, dann kann man tatsächlich einmal die Woche reingucken. Aber ansonsten, wie du gerade gesagt hast, entweder ich bin auf der Suche nach einem neuen Produkt, nach einer neuen Nische oder nach Produktverbesserung, also mit einer konkreten Fragestellung. Ja, genau, dann kann ich das machen. Oder vielleicht habe ich mir für meinen, was ich auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn ich noch nie da reingeschaut habe, dann werdet ihr feststellen, was für einen Wert das für euch hat und dann eine gewisse Routine da reinbringen. Sei es einmal im halben Jahr reinschauen oder einmal im Quartal, einmal im Monat und dann werdet ihr feststellen, wie doll sich das ändert und wie doll sich vielleicht die Kundenbedürfnisse ändern oder die Einschätzung zu dem Wettbewerb. Und was da vielleicht Neues in der Nische entsteht. Tschüss, tschüss. Viel Spaß mit dem Product Opportunity Explorer. Haut rein, tschüss. Tschüss, tschüss.